Sieht gut aus, ja? Nehmen wir mal den Käfer. Machen wir größer. Und schau doch von hinten an. Du kannst doch mit den Fingerspitzen nehmen. Nimm nochmal den Schmetterling und schau doch mal, machen wir mal größer. Viel größer. Und schau doch mal von vorne und von hinten an. Passt. Und schau doch mal. Und schau doch mal. Schau doch mal. Schau doch mal. Schau doch mal.